Das ist eh start poppy Das ist eh start poppy Test bekommen lul Hat getrollt Man kann gar nicht level 2 hinten Oh my bad Okay Yo Hilft mir nicht wirklich für die Toplanen jetzt ne XP zu missen Aber um mein E verkackt bin ich selber schuld Aber es ist trotzdem rough Empathy is down, aber das ist fein ne Nice Hat sich auch die full charge Q gegönnt Es war nur level 1 Q Deswegen hat es nicht wirklich Schaden gemacht aber ey Nimm sehr schlechte Trades Naja das ist sehr gut für uns Sehr gutes Trading Wenn vielleicht sogar killen Nice Weiß zwar nicht wie meine Q nicht getroffen hat aber ey Sehr schön Sehr schön So 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 Das sind einfach alle tot von denen. What the fuck? Was haben die gemacht? Oh! Das war ein krasser Fight von uns. Bzw. es war ja nicht wirklich ein Fight. Wir sind eher die ganze Zeit weggerannt, haben probiert, so viele Spells wie möglich zu dodgen und haben dabei alle Gegner reingebaitet. Der Masterbaiter, ja. Genau so will ich es auch nennen. Oh mein Gott! Fuck this, man. Was soll denn das? Standard. Ich sag's euch doch, ich spiel zur Zeit fucking correct. Die haben wir verabschiedet. Warte mal, wenn wir noch mehr Damage gebraucht hätten, ich hätte auch erstmal die Q schmeißen können am Anfang, ne, weil was will sie machen? Sie kann ja ihren TP nicht canceln. Dann quasi, äh, die Q bisschen chargen lassen. Wie schnell hat er sein Stun auf mich geschmissen? Wenn wir die hier bekommen, wenn wir die hier bekommen, wenn wir die hier bekommen, können wir nicht machen, aber anscheinend sterben wir hier. Okay. Ja, ich werde Sideline spielen. So schlechte Fights. Witz hier töppen. Was machen die denn? Was machen denn die Inter? Das ist so eine Fiesta. 29, 26, 23 Minuten. Da killt alle. Da müssen wir aufpassen. Die Ulti ist hinterher geflogen. What the fuck? So eine Shitschau. It's crazy. Der Feind war so schlecht von mir. Holy shit. Komplett overheated. Oh, Syndra. Atrox trifft ein Spell, by the way. What the fuck? Dieser Champion. Ich weiß nicht, warum der Yasu nicht inst... Also der Feind war super schlecht von mir. Ich weiß nicht, warum der Yasu nicht instant den geultet hat. Poppy hat ge-eht. Er hätte ulten können. Poppy hat extra noch geultet. Er hätte ulti können. Er hat gar nichts gemacht. Aber das war ein super schlechter Feind von mir. Ich habe das alleine. Er hat aber wieder die Ult-Taste nicht gefunden. Das ist ein Fight. Und dann können wir enden. Also wenn wir die einmal essen, können wir enden. Genauso wenn die uns dann am essen. Syndra hat seit 5 Minuten nur noch so die gleichen Items, gell? Hier hat das, wo ich nur 3 Items habe. Ich habe ein ganzes Mord dazu bekommen in der Zeit. What the fuck? Wie tanky denn bitte? Ich denke, ich kann. Ich kann. Ich kann. Ich kann. Ich kann. Ich kann. Holy shit. Ich TP zurück. I TP. Go mit. Nein, Poppy. Stirb nicht. Ich stirb für den Fang im Blue Buff. Was sind wir? Musst du elf defend'n? Oh, weed in. No, der Son hat nicht gehört. Das Leben holen, hab gleich wieder Ulti, oh mein Gott was ein Game, hab Flash, ich muss Drillian 100, kein GA mehr, oh hat geintet, nooo, ich hab geintet, geht raus, geht raus, die Q macht ne 750 Schaden, ich wollte ne Ulti für die Backline finden, ne, im Open Nexus, what the fuck is this? Klasse. Ja, zum Kotze Kudons. Aber FK, ne? Oh mein Gott, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. GG's, Poppy und Artox fighten seit 5 Jahren da oben, oh mein Gott, haha, oh mein Gott. Oh Gott, dammit. Right, nur plus 28, was soll'n das? Fast, fast viel damage in Sinra. Ja, so ein Drillian Damage. Ey, ich hab da auch anders bekommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Jura laцев nach. Tschüss. 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 ale Bow chung test.